Mit Outdoor Chef ist das ganze Jahr Grillsaison. Auf unseren Kalendern stehen keine Monate, sondern die Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten, die gerade Saison haben. Unsere Liebe zum Grillen macht uns kreativ und unsere innovative Technologie garantiert ein rundum gelungenes Grillvergnügen. Als Mike Lingwood vor 20 Jahren den Gaskugelgrill erfand, träumte er von einer gesunden, vielseitigen und einfachen Barbecue-Culture, die den Menschen ein einzigartiges Grillerlebnis bietet. Der Gaskugelgrill wird zum Welterfolg. Weitere Innovationen und funktionales Zubehör sorgen dafür, dass immer mehr Menschen die neue Barbecue-Culture feiern. Heute gehört Outdoor Chef mit seinen Gas-, Kohle- und Elektrogrills international zu den etablierten Anbietern auf dem Markt. Unser Ziel ist es, für jeden Grilltyp das beste System anzubieten. Das Herzstück des Outdoor Chef Gaskugelgrills heißt Easy Flip Trichter. Er ermöglicht es, innerhalb von Sekunden die Hitzeverteilung von indirekt auf direkt zu ändern. Gleichzeitig verhindert er den schädlichen Fettflammenbrand und unerwünschte Rauchentwicklung. Die unverwüstlichen Gusseisenbrenner des Australian Grills speichern die Hitze und verteilen sie gleichmäßig in der Grillkammer. Speziell für dieses Grillsystem entwickelte Flammendächer schützen das Grillgut vor Fettflammenbrand. Der Trick beim Outdoor Chef Kohlekugelgrill ist der Easy Slide Trichter. Dank ihm wird mit nur einer Handbewegung das Grillgut von der indirekten zur direkten Hitze verschoben. Der Outdoor Chef Elektrogrill gehört zu den beliebtesten Grills seiner Art. Nicht zuletzt dank des Easy Reflect, der die Hitze gleichmäßig verteilt und den Elektrogrill so leistungsfähig wie einen Gasgrill macht. Ob grillen, kochen oder backen, mit dem richtigen Zubehör macht Ihr Outdoor Chef noch mehr Spaß. Denn fast alles ist möglich. Nur Eiscreme können Sie mit Ihrem Outdoor Chef nicht machen. Das war's für mich. Vielen Dank.